Diesen Mazda sollten Sie sich unbedingt anschauen. Der leistungsstarke Dieselmotor garantiert hervorragende Leistungen. In der sportlichen Inneneinrichtung finden wir ein Navigationssystem, eine Geschwindigkeitsregelanlage und eine Klimaautomatik. Als besondere Sicherheitsausrüstung in diesem Mazda finden wir ESP, hintere Parksensoren und Tagfahrlicht. Zur Ausrüstung dieses Autos gehören außerdem ein Sportfahrwerk, ein Vierradantrieb und Leichtmetallfelgen. Untertitelung des ZDF für funk, 2017